Hallo und herzlich willkommen zur Online-Predigt der Gemeinde für Christus. Schön hast du eingeschaltet und bist du mit dabei. Ein besonderer Moment für Eltern ist es, wenn sie den ersten Schwangerschaftsuntersuch beim Arzt haben und dann beim Ultraschall auf dem Monitor den winzigen Embryo wie der Kern einer Caschninus entdecken und dann in der Mitte den rhythmisch pulsierenden kleinen Punkt, nicht viel grösser als der Kopf einer Stecknadel, das Herz ihres Babys. Der kraftvolle Rhythmus des Lebens. Solange unser Herz kontinuierlich schlägt, mit einem festen Rhythmus, sind wir am Leben. Und auch jetzt, während ich da spreche oder auch du, während du zuhörst, wir atmen in einem bestimmten Rhythmus, ohne uns dabei auch anstrengen zu müssen. Gott schuf das Leben von Anfang an mit einem Rhythmus. Rhythmus ist etwas Göttliches, etwas von Gott Geschaffenes. Und überall in der Schöpfung begegnet uns der Rhythmus. In 1. Mose 8, Vers 22 lesen wir, Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Mit dieser Zusage macht Gott klar, wir müssen uns keine Sorgen machen, ob morgen die Sonne wieder aufgeht oder nicht. Oder wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, ob nach dem Frühling auch wieder ein Sommer und dann ein Herbst und später ein Winter kommt. Und wenn wir die Schöpfungsgeschichte aufmerksam lesen, dann entdecken wir einen weiteren, kraftvollen Rhythmus. Nachdem Gott nämlich am sechsten Tag den Mensch in seinem Bilde geschaffen hat, kommt Gott zu einem weiteren Höhepunkt in seiner Schöpfung. Alles, was bis dahin geschehen ist, wird durch ein letztes, grossartiges Werk gekrönt. Nach sechs Tagen Arbeit schuf Gott den freien Tag, den Ruhetag, den Sabbat. So lesen wir in 1. Mose 2, die Verse 2 und 3, Mit dem Sabbat schuf Gott also einen Rhythmus von Arbeit und Ruhe, von Anspannung und Entspannung von Leistung, und Genuss. Dabei schuf Gott den freien Tag nicht, weil er nach all seiner Schöpfung es nötig hatte, sich auszuruhen, weil er völlig in den Seilen hing. Nein, die Bibel macht uns klar, Gottes Kräfte und Ressourcen, die sind nicht begrenzt. Er wird nicht müde, er wird nicht matt, er ist nie ausgepowert. Die grösste Anstrengung schmälert seine Energie nicht. Er ist immer derselbe und er hat auch zu jeder Zeit alle Kraft, die es nur geben kann. Nein, er schuf den Ruhetag für uns Menschen. Und er hat ihn auch festgehalten in den zehn wichtigsten Lebensregeln, in den zehn Geboten. Wir lesen ja, dass Gott die zehn Gebote mit seinen Fingern auf zwei Steintafeln geschrieben hat. Alle anderen Gebote und Anweisungen, die Gott auch noch seinem Volk gegeben hat, die hat er Mose diktiert und Mose hat sie dann an das Volk weitergeleitet. Aber die zehn wichtigsten Lebensregeln, die hat er eigenhändig geschrieben. Und wenn Gott, der Allmächtige, der Schöpfer von Himmel und Erde, der König über aller Könige, die Höchste Majestät, etwas eigenhändig geschrieben hat, dann sind es gewiss nicht einfach Gebote, die man entweder respektieren oder auch ignorieren kann. Und diese zehn Gebote, die hatten auch nicht nur Bedeutung für das alttestamentliche Volk Israel. Nein, die zehn Gebote haben auch volle Gültigkeit für alle Generationen, auch für mich und dich, auch für unsere Kinder. Die zehn Gebote, die gehören nämlich zu dem Teil des Gesetzes, zu dem Jesus in Matthäus 5, Vers 18 sagte, Ich versichere euch, nicht der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes, auch nicht ein Strichlein davon, wird je an Gültigkeit verlieren, solange Himmel und Erde bestehen. Also auch das vierte Gebot, das hat Gott mit eigener Hand geschrieben und es hat das gleiche Gewicht wie die anderen Gebote, also wie zum Beispiel auch das Gebot, du sollst nicht töten, du sollst dir nichts aneignen, was nicht dir gehört, du sollst nicht Ehe brechen. Genau gleich hat Gott auch das Sabbatsgebot gegeben. Wir finden es in 2. Mose 20, Verse 8 bis 11. Dort steht geschrieben, Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebenten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Gott hat uns also den Sabbat gegeben, weil wir in unserem Leben einen gesunden Rhythmus von Arbeit und Ruhe brauchen. Weder pausenloses Arbeiten noch pausenlose Ruhe sind gut für uns. Gelingendes, erfülltes Leben vollzieht sich im Rhythmus von Arbeit und Ruhe. Was heisst das jetzt konkret für uns? Zuerst einmal ist noch interessant, lesen wir, dass Gott uns auffordert, sechs Tage zu arbeiten. Arbeit ist also nicht eine Folge des Sündenfalls. Arbeiten ist kein Fluch. Nein, Gott setzte den Menschen in den Garten, damit er ihn bebaue und bewahre. Damit er arbeitet in diesem Garten. Der Mensch soll nämlich das Wesen Gottes widerspiegeln, auch indem er tätig ist, aktiv ist, fleissig ist, kreativ ist, Aufgaben erledigt. Ja, Gott gab uns die Fähigkeit, etwas zu tun, etwas zu bewegen. Er gab uns Talente und er übertrug uns auch Verantwortung. Aber auf der anderen Seite setzte er unserem Schaffensdrang zugleich Grenzen. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbat-Tag und heiligte ihn. Gott ruhte also von seiner Arbeit. Er erfreute sich an der Schöpfung. Er erfreute sich ganz besonders an der Gemeinschaft mit den Menschen. Sabbat oder Schabbat, das hebräische Wort, das bedeutet, mit der Arbeit aufhören, stoppen, Pause machen, zur Ruhe kommen, bewusst die Arbeit ruhen lassen, auftanken, die Ruhe suchen für unseren Körper, für unsere Seele und auch unseren Geist. Und wenn Gott uns einmal in der Woche auffordert, alles zur Seite zu legen und einen ganzen Tag, 24 Stunden, bewusst zu ruhen, dann will er damit auch unsere Freiheit bewahren. Er will nämlich nicht, dass wir zu Workaholics werden. Arbeit darf nicht überbewertet werden. Arbeit darf nicht zu unserem Lebensinhalt werden. Die Arbeit soll nicht zu unserem Gott werden. Wir dürfen auch unsere Grenzen nicht leugnen, unsere Ressourcen, unsere Kräfte, nicht darüber hinweggehen und sein gestehen, dass wir eben auch immer wieder Ruhe brauchen. Es darf nicht sein, dass wir uns über die Arbeit definieren. Denn wer bin ich dann, wenn ich meine Arbeit nicht mehr machen kann? Wenn ich zum Beispiel krank bin oder wenn ich im Rollstuhl querschnittgelähmt sitze oder einfach keine Kraft mehr habe, um irgendetwas mit meinen Händen zu tun, irgendetwas zu arbeiten? Nein, nicht die Arbeit gibt unserem Leben Wert und Würde. Gott schenkt uns den Sabbat, den arbeitsfreien Tag, um uns immer wieder daran zu erinnern, was eigentlich unserem Leben Wert und Würde, was unserem Leben Bedeutung gibt. Das ist nämlich die Beziehung zu unserem Schöpfer. Die Gemeinschaft, die wir mit unserem Gott haben dürfen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Darum geht es hauptsächlich in unserem Leben. Zeit mit Gott zu verbringen, mit ihm in Verbindung stehen, Gemeinschaft pflegen. Der Sabbat will uns also immer wieder daran erinnern, wir gehören nicht der Arbeit, nein, wir gehören unserem Gott. Gott hat den Sabbat geschaffen und wir haben gelesen, er hat Segen über diesem Ruhetag ausgesprochen. Und dieser besondere Segen des Sabbats soll sich dann auch auf jeden Tag der Woche auswirken. Der Sabbat soll uns helfen oder will uns helfen, dass wir unser Leben immer wieder ganz bewusst ausrichten. uns immer wieder bewusst werden, auf was kommt es eigentlich an. Was ist das Wichtigste in meinem Leben? Dass wir uns auf Gott ausrichten, dass wir bei ihm zur Ruhe kommen. Und dann aus dieser Ruhe heraus, aus dieser Gottesbeziehung heraus, alles andere in unserem Leben anpacken. Jetzt mir persönlich hilft es, den Ruhetag auch in der Gemeinde zu feiern, mit einem Gottesdienst, gemeinsam Gott anzubeten, ihn zu preisen, zu loben im Lied, uns gerade auch durch diese Lieder vor Augen zu malen oder uns das wieder ins Herz zu singen, wer Gott ist, was er für uns getan hat und immer wieder tut. Gemeinsam auch in sein Wort zu schauen, ihn zu uns sprechen zu lassen, gemeinsam zu beten, aber auch einfach Gemeinschaft zu pflegen, einander zu ermutigen, füreinander da zu sein. Das hilft mir enorm, mich auf Gott auszurichten. Das intensiviert meine Beziehung zu Gott. Das hilft mir, die Gemeinschaft mit Gott zu leben und stärkt mich auch in meinem persönlichen Glauben. Als Christen wollen wir uns mutig dafür einsetzen, dass auch dieses vierte Gebot respektiert wird. Ich meine, ich war auch schon enttäuscht, als ich geplant hatte, in ein bestimmtes Restaurant zu gehen und dort etwas Feines dann zu essen und dann festgestellt habe vor der Tür das Schild heute Ruhetag. Aber eigentlich ist das wirklich ein Grund zur Freude, wenn wir feststellen, da wird der Ruhetag gefeiert eingehalten. Die sind nicht pausenlos dran, sieben Tage, 24 Stunden. Der Sabbat ist ein wunderbares Geschenk von Gott an uns Menschen. Und wie blöd sind wir, wenn wir dieses kraftvolle, lebenserfüllende Geschenk nicht annehmen, das nicht feiern, das nicht zelebrieren. Mir persönlich hilft es auch, diesen Tag zusammen mit der Familie auch zu planen, uns auch schon am Vortag auf den Ruhetag einzustimmen. Zum Beispiel backt meine Frau gewöhnlich am Samstag einen Zopf und schon rein dieser feine Duft des Zopfs wächst Vorfreude auf das Frühstück am Sonntag morgen. Bei den Kids darf natürlich dann der Nutella-Aufstrich auch nicht fehlen und so versuchen wir, dass der Sonntag etwas Besonderes ist, ein Fest, das schon bereits am Morgen beginnt. oder eben auch schon am Samstag etwas zu entschleunigen, vielleicht auch äusserlich noch Ordnung herzustellen im Haushalt oder vielleicht auch im Büro, vielleicht gewisse Arbeiten noch erledigen, damit ich dann wirklich zur Ruhe kommen kann. Noch die letzten Mails beantworten, vielleicht dann auch noch WhatsApp checken und dann ist es wunderbar, wenn auch die elektronischen Geräte etwas pausieren können während einem Tag. Jetzt ist noch interessant, dass wir in der Bibel nebst der Schöpfungsordnung noch eine weitere Begründung finden, warum wir den Sabbat heiligen sollen. In 5. Mose 5, da finden wir nämlich die zehn Gebote noch einmal niedergeschrieben. Mose hat sie dem Volk noch einmal in Erinnerung gerufen. Der Wortlaut ist eigentlich bei neun der Gebote absolut gleich wie im zweiten Mose 20. Aber beim vierten Gebot gibt es eine Änderung. Wieder werden wir aufgefordert, den Sabbat zu heiligen, aber es kommt eine andere Begründung, weil nämlich Israel Befreiung, Erlösung aus der Sklaverei in Ägypten erlebt hat. Die Juden waren in Ägypten dieser Sabbatruhe beraubt. Als Sklaven mussten sie pausenlos für den Pharao arbeiten. Sie waren richtig gehen in diesem System gefangen. Und dieses System beanspruchte sie voll und ganz, übte absolute Herrschaft über sie aus, beutete sie aus. Doch Gott fand sich mit diesem Zustand nicht ab. Er arrangierte sich nicht damit. Nein, er erlöste sein Volk von diesem frohen Dienst und führte sie aus Ägypten durch die Wüste schliesslich ins wunderbare Land der Ruhe ins Land Kanaan. Also sollte der Sabbat für die Israeliten immer auch ein Tag sein der dankbaren Erinnerung an ihre Befreiung. Und gleichzeitig auch die Hoffnung wecken oder wach behalten auf eine noch viel wichtigere Befreiung. Die Befreiung durch den Messias aus der Versklavung der Sünde. Obwohl nämlich das Volk Israel nach ihrer Befreiung aus Ägypten äusserlich frei waren, blieben sie innerlich doch versklavt, blieben sie innerlich Gefangene. Sie hatten zwar Ruhe von den Ägyptern, aber ihr Herz blieb unruhig. Ihr Herz blieb unter der Herrschaft der Sünde und so schafften sie es immer wieder nicht, nach den guten Regeln von Gott zu leben, in ihrer Bestimmung unterwegs zu sein, die guten Lebens Regeln von Gott in ihrem Leben umzusetzen. Und in ihrem Herzen blieb eine Sehnsucht nach Sabbat, nach einer innerlichen Ruhe. Und deshalb gab Gott ihnen, aber auch uns, als die Zeit erfüllet war, den Heiland Jesus Christus. Er ist für uns die wahre bleibende Ruhe, die Ruhe für unser Herz, für unsere Seele. Das lesen wir ganz eindrücklich im Hebräerbrief. Der Hebräerbrief Schreiber nimmt immer wieder den alten Bund und zeigt auf, dass mit Jesus Christus ein noch viel besserer Bund geschaffen wurde. Und so schreibt er im Kapitel 4, Vers 8, Zwar hat Joshua die Israeliten in das ihnen zugesagte Land geführt, aber an der eigentlichen Ruhe hatten sie deswegen immer noch nicht teil, sondern warteten immer noch auf eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben. Und an dieser Ruhe teilzuhaben bedeutet, in Dankbarkeit anzuerkennen, dass Jesus Christus durch sein Erlösungswerk am Kreuz für uns alles vollbracht hat. Er hat uns mit Gott versöhnt. Er hat all unsere Sünden an seinem Leibe auf das Kreuz getragen und hat dort den Preis bezahlt, den die Sünde fordert. Er ist für uns gestorben. Nach drei Tagen hat Gott ihn durch seine Kraft vom Tod zum Leben erweckt. Das haben wir kürzlich wieder gefeiert an Ostern. Jesus hat die Macht der Finsternis besiegt. Und durch den Tod und die Auferstehung von Jesus haben wir Vergebung und ein neues Leben. Ein Leben in der Kraft Gottes. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Gott hat uns erlöst. Er hat uns sein gerechtes Leben geschenkt. Und in uns ist durch den Heiligen Geist dieselbe Kraft wirksam, die Jesus vom Tod zum Leben erweckt hat. In diese wahre Ruhe, in diesen Sabbat einzutreten, bedeutet das auch anzuerkennen, dass Jesus alles, aber auch wirklich alles für mich getan hat. Sodass mein Herz bei ihm wirklich zur Ruhe kommen kann. Dass ich heute her gar nichts mehr machen muss, auch nichts mehr unternehmen kann, um bei Gott an Erkennung zu finden, um von Gott angenommen zu sein. Nein, was Jesus getan hat, das genügt. Bei ihm finden wir alles, was wir brauchen. In Jesus Christus ist uns alles geschenkt. Der ganze Reichtum des Himmels steht uns zur Verfügung. und durch den in uns wohnenden Christus sind wir auch befähigt, ein Leben zu führen, das Gott ehrt und ein Leben, das uns zu einem zutiefst glücklichen Menschen macht, egal wie die Umstände auch sind. Das ist Sabbat, bei Jesus zur Ruhe zu kommen. Immer auch wieder zur Ruhe zu kommen von Ängsten, Ruhe von unseren Sorgen, von unseren Überforderungen, auch Ruhe von irgendwelchem religiösem Druck. Du musst noch, du sollst noch. Zur Ruhe kommen vom Erfüllen irgendwelcher Erwartungen. Einfach gänzlich zur Ruhe kommen von irgendwelchem Getrieben werden. Jesus hat uns von dieser innerlichen Frohnarbeit befreit und hat uns in die wahre Sabbatruhe geführt. Er selber ist unser Sabbat und zwar nicht nur an einem Tag der Woche, sondern an jedem Tag. Die ganze Zeit, jetzt und für immer. Und aus dieser Ruhe heraus dürfen wir dann arbeiten. Aus dieser Ruhe heraus dürfen wir dann aktiv werden und das naheliegende tun. Dann sind wir ready, Gott und unsere Mitmenschen zu lieben und Gutes zu tun. Wir können ja nur weitergeben, was wir zuerst empfangen haben. Wer von euch möchte noch viel bewusster in diese Sabbatruhe von unserem Herrn Jesus eintreten und diese Ruhe geniessen. Dafür möchte ich jetzt gern noch beten. Ja, Jesus, danke vielmal, dass du selber die Sabbatruhe bist, die Ruhe, die wir brauchen. Danke, können wir bei dir wirklich immer wieder ganz zur Ruhe kommen. Danke, hast du alles für uns gebracht, alles, was uns getrennt hat, von den Quellen des Lebens, der Kraft, der Liebe. Du hast den Weg aufgetan, du bist selber der Weg, zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Und so dürfen wir bei dir ausruhen, dürfen uns beschenken, dürfen gefüllt werden, dürfen erfrischt werden, und dürfen dann aus dieser Ruhe heraus wieder ans Werk gehen, in unseren Alltag gehen, gestärkt und ausgerüstet von dir. Danke vielmals, dass du den Sabbat geschaffen hast, den Ruhetag ins Leben gerufen hast, für uns, damit wir nie vergessen, dass wir nicht für die Arbeit geschaffen sind, sondern für die Gemeinschaft mit dir. Und hilf uns auch, dass wir die Priorität immer wieder richtig setzen. Dass wir zwar in der Dankbarkeit aktiv sind und unsere Arbeit mit Freude tun dürfen, aber immer auch wieder ganz bewusst zur Ruhe kommen und uns ausrichten auf dich. Gemeinschaft pflegen. Ich bitte dich, dass du uns allen zusammen hilfst, dass wir immer wieder ausbrechen aus der Hektik vom Alltag dürfen und einfach Oasen finden dürfen, die wir ganzheitlich zur Ruhe kommen dürfen. Danke begleitest du uns weiter, auch in die kommenden Tage. Ich lobe und preise die wunderbare Namen. Amen. Ja, dann lade ich dich bereits herzlich zur nächsten Online-Predigt ein, am 30. April mit dem spannenden Thema mit Gott und Menschen reden. Und bis dahin wünsche ich dir, dass sich der göttliche Rhythmus von Ruhe und Arbeit segensreich in deinem Leben auswirkt. Rhythmus und die rhythmus von Ruhe Untertitelung des ZDF, 2020